Moin Moin und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts möchte ich euch den Clou von Rollprofi vorstellen. Wer kennt es nicht, auf der Baustelle, zu Hause, im Lager, wo auch immer wollt ihr Kabel abrollen, es verdrillt, es entstehen Knoten, wie auch immer. Hier steht die perfekte Lösung. Der Ring wird einfach raufgeschoben, das Kabel wird kinderleicht abgerollt, die Montage bzw. der Aufbau ist kinderleicht. Das Produkt an sich wird in einer schönen Tragetasche geliefert, sodass ihr auf der Baustelle, im Lager oder auch in der Werkstatt einwandfrei Kabel bzw. auch Leerrohr abrollen könnt. Wie genau das funktioniert, wollen wir euch in dem folgenden Einspieler einmal zeigen. Wie genau das funktioniert, wollen wir euch in dem folgenden Einspieler einmal zeigen. Wie genau das funktioniert, wollen wir euch in dem folgenden Einspieler einmal zeigen. Wie ihr seht, kinderleichtes Abrollen und Aufrollen von Kabeln. Das Gerät an sich ist aus Aluminium gefertigt, wiegt aber trotzdem etwas, muss natürlich auch robust sein. Wir haben die Möglichkeiten, Kabel abzurollen bis 5x25² oder auch Leerrohr mit einem Ringdurchmesser von maximal 750 mm. Durch die Herstellung von Aluminium habt ihr natürlich ein langlebiges Produkt. Es ist wetterresistent, das heißt, ihr könnt es auch draußen verwenden, so wie wir es getan haben. Es ist vielseitig einsetzbar, Kabelringe, Leerrohrringe, was auch immer. Ihr könnt das Produkt an vielen Anwendungsorten verwenden, sprich im Lager, in Werkstätten, direkt auf der Baustelle, was ich demnächst machen werde. Ja, alles in allem ein super geiles Produkt. Rollprofi hat nicht nur den Clou im Sortiment, sondern auch noch andere Produkte. Findet ihr alle bei uns im Shop. Wenn ihr Fragen zu dem Produkt oder zu anderen Produkten von Rollprofi habt, kommt auf uns zu, per E-Mail, telefonisch, wie ihr mögt. Ja, das war es auch schon wieder. Bleibt gesund.